Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zum Recap der ersten Folge der zweiten Staffel Die Promised Neverland Ich bin es heute im Zimmer auf X Und wir schauen uns heute an, was hier in meiner meist erwartenden Serie des Jahres 2021 hier passiert ist Ja, 2021 ist ja ein richtig geiles Anime, danach muss ich mir jetzt noch die erste Folge wie Zero anschauen One Piece geht natürlich cool weiter und Dr. Stone, Slime kommt jetzt auch noch und 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 Ja, liebe Leute, Promised Neverland ist ja hier vor zwei Jahren debütiert als sehr interessanter Ja, schon könnte man sagen, aber zumindest eine sehr interessante Angehensweise eben von diesen Kindern Die im Endeffekt unterlegen sind gegen diese Dämonen und sich mit hier ihrer Intelligenz und ihrem Überlebenswillen hier das Überleben sichern Und ja, die erste Staffel ist ja damit geendet, dass Emma und Ray und die älteren Kinder von der Farm entkommen sind Und nun in der weiten Welt sind Das Ziel ist natürlich herauszufinden, wo andere Menschen sind, was überhaupt mit diesen Farmen los ist Und natürlich, wer dieser William Minerva war, der ihnen ja die Hinweise gegeben hat So, eine kleine Sache nur noch so, ich habe den Manga hier schon durchgelesen, der ist ja inzwischen schon abgeschlossen in Japan Einer der wenigen Mangas, die ich durchgelesen habe, aber es hat mir halt so viel Spaß gemacht, die erste Season da Musste ich gleich dann weiterlesen und ich werde natürlich hier nicht spoilern in meinen Recaps Aber nur so viel sei gesagt, das was jetzt kommt ist cool, das was danach kommt ist gut Und es müsste theoretisch die übernächste Story-Ark sein, ist meine Lieblings-Story-Ark hier drin Also es wird auch noch besser und die erste Season war schon mal gut So, wie gesagt, wir starten direkt da, wo die erste Season aufgehört hat Unsere Freunde hier rund um Emma sind hier von der Farm entkommen und befinden sich nun in dieser unwirklichen Welt Was mir hier gleich zum Anfang so gut gefällt, ist die Tatsache, dass man auch gleich sieht, dass das nicht irgendwie die normale menschliche Welt ist, die wir kennen Und man sieht fliegende Fische, seltsame Pflanzen und man merkt auch natürlich generell Bäume und so, die eigentlich in unserer Welt nicht so existieren könnten Und ohne zu wissen, wo wir sind, was hier eigentlich los ist, merken wir sofort, dass irgendwas hier, also dass das nicht im Endeffekt unsere ganz normale Erde ist Was ich schon mal hier gleich zum Anfang interessant finde So, unsere Freunde haben ja hier den schönen Stift und der ist ja eine Karte dann im Endeffekt hier mit einigen Hinweisen Und er hat einige Längen und Breitengrade und mit den Koordinaten ist zumindest der Ort, wo sie jetzt als nächstes hinreisen, unsere Freunde Um hier möglicherweise William Minerva zu finden So, was wir am Anfang hier gleich mal sehen, ist das schöne Szene zwischen Ray und Emma Einmal wo Ray so immer lustig erschreckt, was mir ganz gut gefällt Und dass wir immer so im Laufe der Geschichte, also der Folge hier sehen, dass Emmas Ohr immer so leicht anfängt zu bluten Während das bei Ray natürlich nicht ist, wir sehen immer so kleine Schwenks und später wird es natürlich dann noch schlimmer Umso schlimmer dann die Wunde wird, aber dazu später mehr Übrigens, ich sage immer wieder, der Schüppel, der da bei Emmas Haaren hochschaut, das ist so lustig, Mann Ähm, ja, dass Ray eben nun auch hier komplett überzeugt ist, hier seine Familie zu retten und alles daran gibt, was ja nicht immer so war Und, äh, ja, nun eben hier komplett auch auf Emmas Seite ist, die natürlich hier im Endeffekt sich nichts anmerken lassen will, dass sie hier Schmerzen hat Aber ich meine, wir als Zuschauer, wenn man hier genau hinschaut, merken natürlich, dass sie hier Schmerzen leidet Verständlich, sie hat auch Ohr sich abgeschnitten, Mann Naja, nichtsdestotrotz, äh, äh, gehen sie da weiter und, äh, wie gesagt, das, äh, was wir am Anfang eigentlich noch machen, ist, dass wir diese Welt kennenlernen Dass unsere Leute hier merken, dass eines der Bücher, welche sie hier aus hier dem, aus der Farm genommen haben Im Endeffekt, was nur ein Legendenbuch ist, die, äh, Geschichte erzählt, also die, war, äh, also die Geschichte, die Umwelt hier beschreibt Dass man zum Beispiel als Pflanzen hier Wasser gewinnen kann, äh, wirklich interessant Zum anderen, äh, haben wir auch als Szene natürlich Nomen, der hier ja verstorben ist, ähm, und hier eines der Opfer hier wurde Der Dämonen, im, äh, haben wir nur so ein kleines Gespräch, wo die Leute hier versuchen, äh, ja, ein bisschen über den Trauern Und Emma macht dann, nachdem sie kurz gemerkt hat, verdammt, wir können nicht trauern Und ich bin ja mehr oder weniger ein Vorbild, weil sie ist ja mit, äh, Ray und, äh, Gilda und Don, ja, sind sie ja die Ältesten Dass sie, äh, hier sofort sagen, hey, kein, äh, Nomen würde nicht wollen, dass wir schmollen, wir wollen weitermachen Man sieht halt, äh, im Endeffekt ist Emma hier natürlich so der, die Aufpasserin hier Auch wenn sie natürlich selber hier ein bisschen, äh, sag ich mal, hibbelig immer drauf ist Naja, wie gesagt, äh, unsere Leute streiten dann, äh, streiten dann durch diesen schönen Wald Bis sie dann, ähm, in der Nacht, ähm, also wir sehen es auch schon in einer Blende Aber zumindestens in der Nacht werden sie dann übermannt von einem gigantischen Dämon Ich finde es ja nett, dass das hier mit, äh, äh, also dass das, äh, wie auf Wacken, kommen wir nochmal zum Ende Äh, wird es ja mit Monster übersetzt Für mich ist Oni natürlich immer Dämon, ähm, und, äh, auch später heißt Onigogo Äh, was ja im Endeffekt für so kleines Monster oder so für Kindermonster hier bezeichnet wird Aber für mich ist das im Endeffekt, also Dämon, finde ich nur nett, dass sie es mit Monster übersetzt haben Weil, wie gesagt, für mich waren das immer Dämonen Zumindest ein riesiges spinnartiges Wesen mit einem gigantischen Kopf und ganz vielen Augen verfolgt an unsere Leute Und, äh, natürlich, was halt immer das Interessante an Promised Neverland ist Es ist halt immer so, dass unsere Leute keine Chance in einer direkten Konfrontation haben Selbst wenn sie bewaffnet wären, wäre es ihnen wahrscheinlich unmöglich, dieses Monster zu bezwingen Äh, weil sie ihn einfach meilenweit körperlich, physisch überlegen ist Und das ist ja natürlich immer die Sache, dass unsere Leute hier nicht, äh, keine Chance im Endeffekt haben Und diese Welt, auch wenn sie nun frei ist, so beginnt nämlich auch mit dieser Verfolgung, sie hat die erste Folge Äh, ist sie natürlich auch gefährlich Nun gut, äh, dieser Dämon verfolgt unsere Leute und, äh, sie trennen sich, um ihn abzuhängen Ähm, während, ähm, Emma und die anderen dann fliehen Äh, versucht Ray, das Monster hier in eine Falle zu locken Doch kurz bevor es in die Falle kommt, wird einfach von diesem gigantischen Monster der Kopf abgehackt Äh, und einige andere Dämonen kommen Da haben wir schon das Interessante hier Nämlich, äh, dass es in diesen Dämonen scheinbar, äh, verschiedene Ränge gibt Also dieses Monster, was ihr gesehen habt, hat nicht gesprochen Und das Einzige, was es gemacht hat, war hier wild umhergejagt Äh, es hat auch wirklich, also wie gesagt, der eine Dämon hat ihn mal von dem Kopf abgehackt Von dem gigantischen Monster Äh, was bedeutet auch im Endeffekt, es gibt unterschiedliche, äh, also Stärkeniveaus Und wahrscheinlich auch Befehlsniveau Weil dieses Monster sah für mich einfach nur plan und verwirrt aus Wie eben ein Raubtier Während, äh, die Dämonen, die unsere Leute hier verfolgen Einer steht aufrecht, während der andere eher so hundeartige Wesen sind Und die, äh, werden auch von dem anderen hier, ähm, befehligt Was natürlich auch hier, wie gesagt, sehen lässt Über diese Dämonen haben wir im Endeffekt ja noch sehr wenig erfahren Dass eben, äh, sie, ja auch, äh, Hierarchien haben Zumindest, äh, äh, Ray, äh, der dann, äh, mit den Dämonen, äh, konfrontiert Wird, äh, hat natürlich den Vorteil Dass die Dämonen nicht töten können Ganz einfach wegen natürlich seinem, äh, wegen seinem Status hier Als einer der, äh, hochgeschätzten Futter Für die anderen, genau wie eben Emma Emma währenddessen bricht zusammen an ihrem Fieber Äh, ihre Wunde, äh, blutet, ihr Ohr blutet immer mehr Und, äh, als es im Endeffekt sehr schlecht für unsere Freunde aussieht Kommt, äh, eine, ja, ne, eine unerwartete Rettung Ein seltsames Mädchen tut hier auf unsere Freunde stoßen Und, äh, tut, äh, also hier auf Emma und die Truppe Und sagt ihnen, dass sie mitkommen sollen Während Ray hier, der auch von den Monstern hier umstellt wird Von einem mysteriösen Reiter hier gerettet wird So, und, äh, da ist natürlich die große Frage Wer, oder die Frage, zu der wir natürlich dann gleich kommen Was sind diese beiden Gestalten? Sie arbeiten zusammen Ah, und um unsere Freunde zu retten Doch, was bedeutet das? Gibt es andere Menschen? Gibt es hier, sind sie, arbeiten sie mit, äh, William Minerva? Ja? Nein Ja, äh, Emma und Ray wachen dann wieder auf Und, wie gesagt, es ist halt immer so cool, man Dass hier diese Welt, wie gesagt, so wirklich so unnatürlich ist Die in so einem riesigen Baumgewölbe Mit so ganz seltsamen Sporen, die hier für Licht suchen Das ist, äh, alles so strange und so unwirklich Und das gefällt mir halt, wie gesagt, ganz gut Emma und Ray erwachen, wie gesagt, nachdem sie hier, ähm, K.O. waren Und werden dann hier von, äh, dem Mädchen mit der Kapuze Was die anderen hier schon gerettet hat, äh, wird, äh, werden sie dann geweckt Und, äh, werden dann, äh, zumindestens, sagt sie es, zu den anderen geführt Und, ja, als sie erfolgen, ähm, äh, äh, Merken, merken, merkt Ray, dass, äh, sie in Wahrheit, äh, Monsterfüße hat Und im Endeffekt halt auch einer dieser Dämonen ist Und, äh, sie hat auch eine Maske wie eben dieser anderen Dämonen Und hinter ihr kommt dann Sonju, der, der nette Reiter war Mit einem gigantischen Schwert Und die Folge endet damit, dass unsere beiden Hauptcharaktere hier Umringt sind von zwei Dämonen Und die goldene Frage ist natürlich, was wollen sie? Die, die, äh, die werte Dame, die mit der hier Ray gesprochen hat Die, äh, hat ja hier gemeint, äh, dass sie hier sicher sein sollen Von den anderen Dämonen und von den Farmen Das heißt also, diese Farmen sind im Endeffekt auf der Welt bekannt Doch die Frage ist, was wollen sie? Wollen sie sie fressen? Wollen sie was anderes mit denen haben? Äh, sie kennen William & Neva nicht, das ist auch wichtig Und natürlich, was haben sie mit dem Rest unserer Freunde gemacht? Sie haben ja gesagt, hey, äh, die sind, das Essen ist bald fertig Aber die Frage ist natürlich, stimmt das? Was wollen diese Wesen von unsere, äh, von unseren, äh, Helden? Das ist die Frage Und das ist, äh, schon wieder ein sehr cooler Einstieg Also, die erste Folge der zweiten Staffel hier von Promise Never Work hat hier wirklich einiges wieder rausgehauen, man Also, ähm, zum einen wollte ich sagen Cloverworks macht ja die Animationen Sind, äh, sehr, sehr schön Cloverworks hat ja schon mit hier, ähm, Fake Road Order Babylonia gezeigt Dass sie richtig schöne Animationen kann Und Promise Neverland ist schon sehr schön Und wir haben ja, wie gesagt, jetzt noch nicht so viel gesehen Aber wie gesagt, die Welt, die sie jetzt zeichnen, ist sehr, sehr, sehr schön Ähm, und, äh, zum anderen, äh, was es halt wirklich, äh, gleich macht Es tut halt einen direkt wieder da, äh, absetzen Wo die erste Staffel geendet hat Was mir auch ganz gut gefallen hat So, äh, die Frage ist natürlich Wer steckt hinter diesen Masken? Äh, das ist auch etwas, äh, für euch, äh, was ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt Mir hat die erste Folge hier jetzt ziemlich gut gefallen Und ich freue mich zu sehen, wie es weitergeht Äh, denn, wie gesagt, Promise Neverland ist eine großartige Serie Und ich hoffe, der Anime, der ist mindestens genauso gut wie der Manga Äh, so, so wie ich das sehe, kann ich mich eigentlich darauf verlassen Und so viel sei gesagt, ähm, es wird spannend bleiben Das, glaube ich, kann man sagen Und was mir halt auch gut, äh, was natürlich jetzt das Wichtigste für uns ist Dass wir erstmal etwas über diese Welt erfahren Wer sind diese? Wo sind wir? Äh, wo sind die anderen Menschen? Was ist, äh, mit diesen Farmen? Was hat das damit auf sich? Fragen über Fragen, auf die wir hoffentlich die ein oder andere Antwort mal finden Nun gut, Leute, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal Was haltet ihr denn von der Promise Neverland? Habt ihr die erste Staffel angeschaut oder, äh, sie schnell nachgeholt hier für die zweite Staffel? Ich kann das euch nur, äh, noch, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, empfehlen Es ist großartig und es wird nur besser Nun gut, damit verabschiede ich mich Ich war's heute mit Sponfix und bis zur nächsten Woche Ciao